Das Allgäuer Überlandwerk. Heimatstarke Energie für die Zukunft unserer Regierung. Und für deine Zukunft. Denn eine Ausbildung bei... Boah, echt jetzt? Und so willst du neue Azubis catchen, oder was? Cut. Ich bin hier nur der Schauspieler, keine Fachkraft. Du wirst mit so einer Image-Sales neue Azubis ansprechen. Ja, mach halt nen Vorschlag. Hey, entschuldige mal. Ja. Warum hast du hier deine Ausbildung angefangen und nicht irgendwo anders? Na, weil's hier viel cooler ist. Wir kümmern uns hier darum, dass bei euch daheim der Strom aus der Steckdose kommt. Na, das ist doch mal was. Kannst du mir irgendwas zeigen? Na klar. Komm mit. Hallo. Und wo sind wir jetzt hier? Das ist die Lehrerstatt Metall. Okay. Und was macht man hier so? Wir haben hier viele verschiedene Aufgaben. Was macht er hier zum Beispiel? Er lögt jetzt zum Beispiel gerade an einem Gittermaster. Okay. Zusammen mit unseren Ausbildern haben wir viele solche spannende Projekte. Kabel, alles voller Kabel. Ja, wir sind jetzt hier im Zentrallager. Ist ja bestens ausgestattet. Genau. Hier finden wir alles, was wir für unsere Baustellen brauchen. Und mit den Jungs hier? Hallo. Mit denen geht's jetzt auch hinaus. Hier am Masten ist ein absolutes Freiheitsgefühl. Wir sind hier mitten in der Natur draußen. Ist ein Abenteuerspielplatz für jeden Arbeiter. Bist du eigentlich gut gesichert da oben? PSA sei Dank. PSA was? Persönliche Schutzausrüstung. Alles klar. Jetzt gehst du ins grobe Gelände. Und ich darf mitfahren. Genau. Ich höre hier schon das Wasser plätschern. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Wasserkraftwerk. Das gehört auch nicht dazu. Ja, die Turbinen hört man schon. Also hier wird Strom produziert. Ja genau. Und zwar so viel, dass man damit 3000 Haushalte ein Jahr lang mit versorgen kann. Ist ganz schön viel, oder? Danke dir. Haben wir alles? Dann ist ja eigentlich alles gesagt. Also, wenn ihr wirklich Bock auf was Besonderes habt und bei der Energiewende mitwirken wollt, dann wisst ihr, wo ich bewerben müsste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.